So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Wie ihr es in der letzten Folge vielleicht mitgekriegt habt, haben wir eine neue City erreicht, die von zwei Großfamilien, Großgrundbesitzern, untereinander so bekriegt wird. Also, die Stadt ist ziemlich für den Arsch hier. Und auf jeden Fall sind wir jetzt hier angekommen und wollen natürlich Gutes tun. Und das Erste, was ich natürlich in der letzten Folge gemacht habe, ist, Leuten die Fresse einzuschlagen. Beziehungsweise, die haben aufgemockt und ich kriege wieder voll auf den Sack. So, was mache ich natürlich? Ich gehe jetzt in die nächste Bank rein und überfalle die natürlich. Vielleicht gibt es da tatsächlich Geld drin. Bank of Roads. Ne, wir machen gleich mit den Quests weiter. Hey, wie geht's? Äh, nichts. Danke sehr. Hallo. Hey, schau dich hier. Hast du ein Problem? Na, danke. Hallo, Herr. Guten Tag zu dir. Arbeitst du hart da. Mein Vater hat mich in der Arbeit gelegt, also ich mache. Na, gut Glück zu dir. So lange. Okay, da. Hallo. Danke dir, dass du die Passe stehst. Okay. Ähm, wir gucken einen kleinen Blick auf die Karte und ich muss gerade noch Essen besorgen für mein Gaul. Wir haben schon wieder ein paar Quest Points. Aha, was ist das? Die Greys. Ah, und dann haben wir eine Ding. Wir gehen zu den Greys gleich. Wir sollen ja ein paar Informationen über die Greys, also wir sollen uns dort umgucken. Wir gucken uns die Familien an, weil die nämlich ziemlich zickig sind oder sowas. Auf jeden Fall brauche ich ein paar Karte. Ja, ja, ich gucke mir jetzt den Pferdepflege. Das sieht doch mal richtig nice aus, hä? Pferdewecker? Starke Pferdeazenei? Ah, nee, nee, nee. Wir gucken mal die Vorräte an, hä? Ach, ja, frische Lebenstrockenwaren, Tabak, äh, Konserven, hä? Wie sieht es denn aus? Das sind Peineppels. Bohnen sind eigentlich sehr gut, ne? Cornbeef. Oh, wir nehmen ein Cornbeef. Parfekte Beans. Und... Dosenananas, würde ich mal so sagen. Okay, wir machen in den Index drücken. Was gibt es denn so an Tabakwaren? Was gibt es denn bei euch so schönes zum Rauchen? Also ich habe ja nicht auch mal Prämienzigaretten für 5 Dollar. Oh, geil. Ja, aber ich brauche ein bisschen Gemüse, mein Freund. Ich glaube, ich muss auch noch zu einem... Äh... Mal gucken, was wir noch so schönes zu verkaufen haben, eventuell. Du schaust noch etwas anderes? Okay, das wäre gut. Karotten. Raubtierköhler. Ach, warte mal nicht. Es gibt doch gar nicht. Wir wetten hier einen Hehler oder so einen Käse, oder? Goodbye, mein Freund. Goodbye. Da ist ja nochmal eine Quest. Ah, im Sheriff's Office. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ah, zu den Stallungen. Obwohl, eigentlich brauche ich es gar nicht. Haben die überhaupt eine Stallung? Was ist da hinten? Da ist der Hehler. Wir gehen jetzt erstmal zum Hehler. Ich hoffe jetzt meinen Gaul und gehen wir schnell zum Hehler. Oh, Köpcher, Mr. Smith. Ach, du bist geblockt. Pornblock. Echt leid für dich, Mann. Got them, man. Ach, es gibt immer wieder schöne Sachen. Jetzt ist bald das Jährchen vorbei. Nein, nein, nein. Keine Zeit für so einen Käse. Da wohnt der Hehler. Mal gucken, was wir dem verhehlen können. Der Hehler, der erscheint immer nach Kapitel 3. Wo ist denn der? Hinterm Haus. Ah, du fette Sau. Das wäre ja stehlen. Wo ist jetzt der Behindert? Ah, da ist er ja. Hallo, mein Freund. Wir wollen was verkaufen. Zum Beispiel eben so Platinringe. Verkaufen. Perlenkette, verkaufen. Und dann haben wir einen großen Goldbarn. Dick, dick. Dafür kriegen wir 500 Dollar. Ah, ah, geil. Und dann sind wir zehnmal die Taschenuhren. Die ganze Scheiße, die habe ich schon seit Tagen, Mann. Wo wir eigentlich nicht brauchen. Silberner Ohrstecker. Jeweils einen Dollar. Einen Goldzahn. Dann haben wir noch einen kleinen Goldbarn. Der gibt 300. Oh, ist das geil, oder? Goldnugget. Alles weg. Weil ich kann ja eh damit nichts anfangen. Was will ich denn damit anfangen? Ich brauche die Knete. Ah, yeah. Ein bisschen für ein bisschen. Ah. Gucken wir, was der... Schönes hat. Tomahawk für vier Dollar. Machete. Bohnen für 1,20. Dynamit. Ha, geil. Das wird lustig. Ähm, was hat denn der noch? Der kann auch herstellen. Amulette. Ah, cool. Okay. Das hat sich ja eigentlich voll gelohnt. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall den Heeler. Da können wir im Prinzip unsere Beute, die wir im Prinzip so zusammen klauen und zusammen looten, ähm, verkaufen. Und jetzt, jetzt will ich mir eigentlich eine neue Pistole holen, ne? So eine kleine, schöne. Mal gucken, was es denn da so gibt. Ah, ich habe 1700 Dollar. Es geht ab. Hoppa. Ah, ja. Cool bleiben, mein Mädchen. Ah, mein Freund. Du bist Birxenmacher, oder? Ich tue den Katalog, mein Freund. Oh, ja, mein Mann. Revolver. Ah, Gott. Double Action Revolver. Shuffled Revolver. Keine Pistole. Ist der gut? Die sind alle gut. Guckt euch mal den Käse an. Unten rechts seht man im Prinzip die ganzen Werte und die sind eigentlich so ziemlich gleich. Der, ja, der hat halt ein bisschen mehr Damage. Reichweite gleich. Weniger Feuerrate. Nachladezeit. Genauigkeit ist bei dem zum Beispiel besser. Und bei dem ist halt der Schaden richtig krass. Krass. Ja, ein bisschen besser, ne? Ich glaube, den nehme ich mal. Ansehen, bitte. Hm, hallo. Gekauft, mein Freund. Komponenten. Griff. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make a sing. Hm, Permutgriff. Ah. Lauf. Länge. Kurzer Lauf. Langer Lauf. Ach, wir bleiben beim langen Lauf. Der Drall. So kannst du damit die... Oh, wer besser das halt ist hier? Dekoration. Metalle. Das könnte wirklich schauern, mit ein bisschen Karbon in es. Hm. Geil. Schnitzerei. Okay. Hm. Passt. Gekauft, mein Freund. So. Wir können sogar noch... Ah, okay. So, ich habe die nochmal gekauft als Zweitwaffe. Eigentlich wollte ich ja eher mal... Lancaster Repetiergewehr. Habe ich doch, glaube ich, schon. Hunting Rival. Eine Hunting Rival? Eigentlich brauche ich noch eine Hunting Rival. Das ist ein Rival, das du dir Kindern anbieten kannst. Ja. Bolt Action Gewehr. Das Gewehr haben wir ja. Das kostet nichts. So eine da. Doppelläufige Flinte. Pump Action Flinte. Halb Automatische Flinte. Halb Automatische Flinte. Repetier Flinte. Würde mal sagen. Oder warte mal. Munition, mein Freund. Warte mal. Shuffle-to-Revolver. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt... Ach, keine Ahnung, man. Ah, cool. Es sieht aus, wie du dich beschäftigst. Das ist gut. Gut zu sehen. Sicher, dass du genug Rival für sie hast. Danke. Aber... Warum? Hä? Ja, wahrscheinlich wegen der Stadt, oder? So, wir gehen jetzt zu den Greys, Mann. Wir haben genug Zeit verdüppelt. Äh, wo sind meine Knarren? Oh, Alter. Weißt du, wenn ich da jetzt zum Beispiel bei dem gerade mal so zugucke, wie der da im Prinzip Zigaretten raucht und den ganzen Käse... Ey, da kriege ich auch Bock auf Kippen, ey. Oh mein Gott, das ist einfach perfekt. Und zwar... Es backt. Das ist hundertprozentig ein Bug. Es backt gar nicht hier drum, Mann. Ein bisschen beim Pferd noch striegeln. So, was muss ich hier machen? Hey, äh... I was hoping you talk a moment. I'm a student of the history of the region. I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Oh, danke. Oh, danke. Rede mit... Bleh. Warum haut jetzt mein Gaul ab? Und warum? Wo ist meine verfickte Waffe? Oh, wo bin ich hier? Wo sind meine Waffen? Guck, ich kann die Waffen nicht aussuchen. Geil, oder? Ich werde, der Hock da in seiner Hütte drin ist stockbesoffen. Oh, da ist er ja. Hi, Sir. Oh, da ist er. Romeo- und Julia-Geschichte gibt's auch in dem Spiel in dem Fall. Sie ist ein Braithwaite. Ich bin Bo Grey, son von Tavish Grey, nephew von Lee Grey, der Sheriff, grandson von Old Murdo Grey. Wir Greys haben wir lieben zu den Staten und lieben zu den Braithwaiten für so lange, niemand kann sogar ganz erklären, warum. Beyond blind loyalty und stupidity. Ich soll mich lieben zu irgendwelchen Nonsens, während sie... sie ist großartig. Sie ist wie eine Frau aus dem Zukunft. Sie ist wie tomorrow. If tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't wanna get involved. Gang fugit. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Graze. We've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter und dieses Bracelet, bitte. Okay. Oh Mann. Der Gaul ist so blöd. Warum? Guck, ich hab schon... Ah. Ich darf keine Waffen benutzen. Ich darf in der Stadt keine Waffen benutzen. Aber Leuten die Fresse polieren, das darf ich noch. Mann, oh nee, da. Mach's was lahmes, ey. Die Frage ist jetzt, wo sind die Wachen? Schöner Revolver, hm? Ah, da vorne ist zum Beispiel eine Wache. Ich muss eigentlich gar nicht viel machen. Oh, Wachen. Ich könnte sie jetzt auch ganz schnell erschienen. Wachen Sie nicht? Wachen Sie, Penelope Braithwaite? Ja, ich bin. Ich habe ein Buch für Sie. Oh. Und... ein Geschenk. Ein Buch und ein Geschenk. Wir wissen uns nicht gleich. Es ist nicht von mir, es ist von... Von Bo. Oh, er ist so... Strang. Ja, er ist ein bisschen strang, aber auch so human. Die resten unserer Familie sind in die Schmerzen. Ich weiß nicht, die Menschen, vielleicht. Bo ist anders. Aber wenn sie herausfinden, sie zerstören ihn, und ich will live in einem Ort, wie Ohio. Have you ever been to Ohio, Sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep, on account of having left. But now they tolerate him, because he's a vicious snob. Families are... There's something else. You got a family, Sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here. If you see Bo again, will you give this to him? Sure. Motherfucking Romeo and Juliet, man. Oh. Das Problem ist, ich seh jetzt auch nicht, ob da irgendwelche Gegner sind oder so. Mein Pferd ist das geilste Pferd ever, man. Plötze. Hier war aber ein großes Anwesen, du. So viel Rot. Der Stromtreuerliebe Teil 2. Na ja, komm, gehen wir mal zu dem Zeug, hä? Ah, wir haben auch zwei neue Quests im Lager. Nehmen wir sonst nichts zu tun. Warte mal kurz. Ich hab ja auch ein neues Gewehr. Lenkkäster Repetiergewehr. Langwaffe Schulter. Ne? Das ist es. Ah, was ist denn jetzt los? Oh. Das ist Kleinkaliber-Shit. Weißt du? Oh nein. Ich weiß immer noch nicht, wie man nachladet. Wie ladet man nach? Ah, so. Hm. Extra für so kleine Minitärchen. Da ist ein Pfeil besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Pfeil ist besser. Dann bringen wir ihm mal den Brief zurück. Ich tauge ja wirklich nur noch als Laufbursche. Warte mal, ich kann noch wohl. Kann ich... Kann ich kein Ding einsetzen? Hä? Immer außerhalb der Stadt endlich. Und dann kann ich den nämlich eventuell... Hm. Nochmal. Right? Where the hell are you off to? I got enough... ...problem. Leave me alone, dammit!! You hear me? Ja, das war jetzt ein bisschen lustig. Egal. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, neue Waffen besorgt und der ganze Käse. Ein bisschen Romeo und Julia, ist auch nicht schlecht, oder? Würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Hau rein. Tschüssi.